So Leute, wir befinden uns heute hier im Next Level, im Herzen von Stuttgart. Mein Name ist Nick Jember, der ein oder andere kennt mich sicherlich als Strength & Conditioning Coach aus dem Stallion Gym, dem wohl besten MMA- und Grappling-Team in ganz Deutschland. Kurz zu mir und meiner Person, ich verbote mittlerweile 10 Jahre Kampf- und Kraftsport-Erfahrung. Durch die gesammelte Erfahrung konnte ich die positiven Auswirkungen von High-Performance-Trägen nicht nur im Käfig, sondern auch im Alltag erkennen. Mit dieser Erkenntnis bin ich dazu gekommen, Next Level in die Welt zu rufen. Was ist Next Level? Next Level ist die Kombination aus funktionellen Bewegungen, klassischem Krafttraining, olympischem Weightlifting, Mobility und der angepassten Ernährung. Mit diesen Komponenten möchte ich die Leistungsfähigkeit, angefangen von der Hausfrau bis hin zum Spitzensportler, auf die nächste Stufe, das Next Level bringen. Wo findet ihr mich? Den Link bekommt ihr unter dem Video. Bis dann, bleibt geschmeidlich. Ciao. Bis dann, bleibt geschmeidlich.